Dieses Video präsentiert Ihnen Eumedix. Das folgende Video demonstriert Ihnen das neugeborenen Hörscreening mit dem Algo 7i. Bitte beachten Sie, dass das Gerät im Video auf Englisch eingestellt ist. Selbstverständlich erhalten Sie das Algo 7i auch mit deutscher Benutzeroberfläche. Wir besprechen die Schritte zur Vorbereitung des Babys auf das Screening, die Eingabe der Patienteninformation, die Durchführung eines Screening-Tests sowie die Durchführung von Funktionskontrollen. Vor der Durchführung des Tests waschen Sie bitte Ihre Hände. Das Algo 7i können Sie in der Hand halten, am Babybett oder an einem Rollstand anbringen. Der An-Aus-Taster befindet sich auf der rechten Seite des Geräts. Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, können Sie sämtliche Funktionen über den Touchscreen ansteuern. Das Patientenkabel mit der schwarzen Markierung stecken Sie am schwarzen Einlass an, das Kabel mit der grauen Markierung am grauen Einlass. Achten Sie darauf, dass die Doppelrippen an der Unterseite jedes Steckers an den Schlitzen im entsprechenden Anschluss ausgerichtet sind. Führen Sie dann das Kabel ein, bis es mit einem Klick einrastet. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie das Kabel nicht drehen. Bevor Sie das Baby für das Screening auswählen, sollten Sie sicherstellen, dass keinerlei Ausschlusskriterien vorliegen und dass sich das Baby in einem ruhigen Zustand befindet. Für die Feststellung von Ausschlusskriterien beachten Sie bitte das Benutzerhandbuch. Um das Baby für ein Screening vorzubereiten, benötigen Sie Babyseife, Tupfer und Wasser. Wischen Sie sanft über die Stellen, an denen die Sensoren angebracht werden sollen. Reinigen Sie mit dem Tupfer Stirn, Nacken und die Rückseite einer Schulter. Dabei können Sie das Baby angezogen lassen. Entfernen Sie etwaige Seifenrückstände und lassen Sie die Haut angefeuchtet. Für die Messung benötigen Sie lediglich ein Set Flexi-Kuppler, welches drei Sensoren enthält. Verbinden Sie den weißen und den grünen Clip mit den Sensoren. Der schwarze Clip wird erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Sensor verbunden. Bringen Sie den Clip lediglich im Bereich der lila Markierung an. Ziehen Sie den weißen und den grünen Sensor nun ab und bringen Sie diese an Nacken und Schulter an. Der Sensor mit dem weißen Clip wird am Nacken angebracht. Der Sensor mit dem grünen Clip auf der Rückseite der Schulter. Platzieren Sie den dritten Sensor, ohne dass dabei der schwarze Clip angebracht ist, auf der Stirn des Babys. Bevor Sie die Flexi-Kuppler-Ohrhörer von der Folie lösen, bringen Sie das rote und das blaue Schallwandlerkabel an den runden Öffnungen an und klicken diese ein. Überprüfen Sie, dass die kleine Fixierung vollständig in der Öffnung eingesteckt ist. Entfernen Sie die Flexi-Kuppler von der Folie und platzieren Sie diese über dem Ohr. Bringen Sie die Flexi-Kuppler hinter dem Ohr an. Das Kabel sollte zum Kopf oder zum Körper gerichtet sein. Die Ohrhörer müssen die Ohren vollständig bedecken und gut umschließen. Stellen Sie sicher, dass die farbige Seite der Kabel Richtung Gesicht des Babys ausgerichtet ist. Bringen Sie den schwarzen Clip am Sensor auf der Stirn an. Nun sind wir für das Screening bereit. In diesem Fall wählen wir das Baby aus dem Menüpunkt To-Do-Liste aus. Wählen Sie das Baby aus und drücken Sie anschließend Start. Wenn Sie einen Schnelltest wählen, wird ein Impedanz-Check durchgeführt. Während des Screenings zeigen Ihnen die Balken Interferenzen durch Raumlärm oder durch Aktivitäten des Babys. Das Gerät zeigt den Screening-Fortschritt anhand der Ohrbalken an. Sobald ein Balken vollständig ausgefüllt ist, wurde das Screening für dieses Ohr vollständig absolviert. Dies wird durch ein grünes Häkchen am entsprechenden Ohr bestätigt. Wenn beide Balken vollständig gefüllt sind, erscheinen zwei grüne Häkchen neben den Ohren. Wenn die Zeit abläuft, bevor der Balken vollständig ausgefüllt ist, wird das Screening gestoppt und auf dem Display wird ein Referenzergebnis angezeigt. In diesem Fall hat das Baby den Test für beide Ohren absolviert. Ein Schnelltest ist hilfreich, um ein schlafendes Baby zu messen. Dabei können Sie die Patienteninformation während der Messung eingeben. Für den Schnelltest treffen Sie dieselben Vorbereitungen wie bei einem normalen Test. Bringen Sie die Flexi-Kappler und die Sensoren an und wählen Sie die Option Schnelltest. Die Messung beginnt automatisch. Dann können Sie die Patientendaten eingeben. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel und das Equipment. Funktionschecks finden Sie unter dem Menüpunkt Einstellungen. Der Kabeltest prüft die Funktion von ATA und Patientenkabel. Verwenden Sie das ALGO 7i Check Kit, um das Impedanzlevel des Patientenkabels zu messen. Dazu schließen Sie das Patientenkabel am schwarzen Anschluss an und bringen alle Clips am Kit an. Danach schließen Sie das ATA-Kabel an und befestigen dieses an der rechten und der linken Seite des Check-Kits. Drücken Sie nun die Kabelprüfen-Funktion und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Falls das ATA-Kabel dem Check nicht besteht, wird die Screening-Funktion deaktiviert, bis ein erfolgreicher Kabelcheck durchgeführt wurde. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte das ALGO-Benutzerhandbuch. Weitere hilfreiche Informationen finden Sie außerdem unter neonatalcareacademy.com Dieses Video präsentierte Ihnen Eumedix. Eumedix – Qualität entscheidet